Es ist der 20.08.2022 und wir drehen die 98. Folge von dieser Bänderriss-Serie mit dreifachem Bänderriss. Gestern habe ich euch ja gezeigt, dass ich den ganzen Tag keine Schiene getragen hatte. Und ich habe mich entschieden, die Schiene doch besser beizubehalten, weil ich den Fuß so schlechter knicken kann. Ich komme also auch gar nicht erst in Versuchung, das zu tun und habe dann vielleicht eine Chance, dass das zusammen heilt. Also ich möchte es zumindest versucht haben. Wir gucken uns heute mal an, wie das wieder aussieht. Fuß ist dick und hier haben wir wieder von der Schiene die Verschlankung. Da ist ja nur die Ader. Knöchel ist das nicht. Oder? Ne, das hier kommt von der Schiene. Das ist gedrückt worden, aber sonst läuft hier nur eine Ader lang. Also Knöchel. Das kann man ja sehen, kann ich zusammendrücken, das ist die Ader. Das ist kein Knöchel. Hier das Gleiche. Keine Ader, aber auch kein Knöchel. Da vorne wird das übliche ergeben. Da ist hier wieder unsere Beule. Ja, also sehen wir uns dann morgen wieder. Macht's gut. 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 Untertitelung des ZDF, 2020